So, weiter geht es mit Assassin's Creed 1, dem Let's Play dazu. Wir setzen zu unserem letzten Schlag an und unser letztes Ziel ist Al Mualim. Unser Chef, den wir doch die letzte Zeit so getraut haben und jetzt müssen wir ihn wohl oder übel erledigen, was wirklich nicht leicht wird und warum gehe ich hier hoch, das weiß ich selbst nicht. Ja, Ruhe da, Al Mualim hat euch bald nichts mehr zu sagen, weil er nichts mehr sagen kann. So, ähm. Dum, 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 einmal hier hoch. Er ist das Licht. Er ist der Welt. Ja, ja, ja. Gut. Wow. Achso, ihr mögt mich nicht, ne? Ich muss gegen euch kämpfen, oder? Oder nicht? Servus. Achso. Was macht ihr hier? Ach ja, ich hab's gewusst. Wie hätte es denn auch anders sein sollen? Hätte mir nichts Schöneres vorstellen können. Ja, dürfte aber auch nicht so schwer sein, der Kampf jetzt wirklich. Ein paar Assassinen, Kumpels. Ja, der, wenn sich mir in den Weg stellt, der hat halt gelitten. Fall die Klippe runter. Nee, du kannst nicht davon laufen. Das stimmt allerdings. Du kannst nur die Klippe runterfallen. Das kannst du tun. Autsch. Hey, das ist wirklich schwerer, als ich dachte. Na gut, dann muss ich das noch ein bisschen taktischer jetzt machen, aber gegen drei... Was? Entschuldigung, also, ähm, gegen drei Assassinen zu kämpfen, ist doch nicht so leicht wie gedacht, ähm, wollte ich sagen. Ach, ja, komm, lad schneller. Auch deine Tipps nicht. Wo bin ich jetzt? Hä? Wo ist das? Ach, hier sind sie. Natürlich muss ich wieder hier hinlaufen. Hä? Komm, jetzt ordentlich blocken, schön campen, dann dürfte das auch kein Problem werden. Ich muss noch ein bisschen schnell kämpfen. Zack. Was? Ja. Ja. Was? Du guter. Na? So. Du hast nichts zu sagen. Ah, komm, es sind schon wieder nur drei. Ja, komm, das schaffe ich. Puh! Komm, hast du einen Safepoint gesetzt? Spiel. Lass mir das mal verraten, ob du einen Safepoint gesetzt hast. Das wäre nämlich hier sehr passend. So. Komm. Das ist voll unfair! Es sind mindestens zehn gegen ein. Boah, ich habe nur noch vier Lebenspunkte. Warum habe ich gerade so gut gekämpft und jetzt so scheiße? Oh, jetzt habt ihr auch keine Lust mehr, oder was? Ist es Essenszeit, oder was? Alter, ihr, hier oben! Hier, ich bin hier. Ich bin hier unten. Hallo, ihr könnt auch hier runterkommen, wenn ihr Lust habt. Ist jetzt, ähm, gibt's jetzt was zu essen? Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualem hat uns verraten. Ja. Ebenso wie er seine Templer-Freunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Alter, ihr. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das heilige Land nicht retten. Wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, würde er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark. Und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaipa. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Jo. Sehe ich auch so. Ähm. Ja. Dann gehen wir mal da rein. Hauen wir mal Al-Mualem auf die Fresse. Al-Mualem oder Al-Mualem? So geht's ja nicht. Ähm. Okay. Hier bin ich. Und da seid ihr. Was macht ihr da? So viele Unschuldige. Ich muss aufpassen, dass ich ihnen kein Leid zufüge. Ich füge euch kein Leid zu. Äh, ja. Ihr wollt alle da rein, oder was? Ähm. Was guckt ihr mich so an? Ich hab nix gemacht. So, was geht hier ab? So. Ich muss da hinten durch. Hier oben ist nix mehr, denke ich. Und dann kann ich gleich hier runter gehen. Nein, auch zu. So. Schauen wir mal, oder? Was gibt's denn hier? Nein. Was geht vor? Ah. Der Schüler kehrt zurück. Ich war nie fürs Davonlaufen. Und nie fürs Zuhören gleichwohl. Deshalb lebe ich noch. Was soll ich mit euch machen? Lasst mich gehen. Oh, alter ihr. Ich höre den Hass in euren Worten. Spüre seine Hitze. Euch gehen lassen? Das wäre unklug. Warum tut ihr das? Ich fand Beweise. Beweise für was? Dass nichts wahr ist. Und dass alles erlaubt ist. Kommt. Vernichtet ihn, Verräter. Stoßt ihn aus dieser Welt. Gut. Und dann würde ich sagen, mache ich hier auch mal einen kurzen Schnitt. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal gibt es das Finale. Und dann bis dahin. Tschau. 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 Vielen Dank.